Willkommen zurück bei Dark Souls. Wir haben beim letzten Mal das Tutorial, das Undead Asylum abgeschlossen, sind in Lordran, Lordran, ich will mal Lordran sagen, äh, angekommen und sollen uns auf eine Pilgerreise begeben, um die Glocken der Erweckung zu läuten. Und man sieht hier schon die Welt, sie sieht einfach schön aus und ist awesome. Und ja, was ich jetzt als erstes machen will, bevor ich es vergesse, ich habe hier bei der Charakterauswahl, oh, das ist sogar schon ausgerüstet, der Winzwesen Ring. Ich dachte, man müsste den erst anlegen. Einen Ring aus einem winzigen roten Juwel, gewährte kleine Zunahme von TP, nämlich 5%. Äh, ich dachte, den müsste man erst noch anlegen. Und wir sehen hier einen Manneken, mit dem wollen wir doch erstmal reden. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the Undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the Undead Asylum. But, too late now. Ah, well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two Bells of Awakening. One's up above in the Undead Church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blighttown. Bring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. So, it is why you came, isn't it? To this cursed land of the Undead? Gut, er hat uns jetzt ein bisschen weiter geholfen, wo wir die zwei Glocken der Erweckung finden. In der Untotenkirche und in der Schandstadt. Ich habe hier beim letzten Mal erklärt, dass man an diesen Lagerfeuern rasten kann. Man kann aber auch aufleveln mit den Seelen, die man hat. Wir haben momentan 2200. Ich brauche momentan für ein Level ab 720. Und was wir aufrüsten können, sind diese Stats hier. Vitalität, eigentlich ganz logisch, erhöht unser Leben. Zauberei erhöht die Anzahl der Zauber, die man zu einem Zeitpunkt ausgerüstet haben kann. Kondition erhöht die Ausdauer und wie viel man an Ausrüstung tragen kann. Stärke ist relativ selbsterklärend. Beweglichkeit ist so ähnlich wie Stärke. Es gibt Waffen, die eher auf Stärke basieren, Wächte, die eher auf Beweglichkeit basieren. Resistenz erhöht einfach Verteidigung gegen alles. Und Intelligenz und Wille sind zwei unterschiedliche Attribute für zwei Arten von Zaubern. Wie viele Punkte kann ich denn verteilen? Zwei. Da stecke ich erstmal zwei in Stärke. Und wir können uns hier noch ein wenig umsehen. Wir finden hier ein wenig Menschlichkeit. Drei Stück. Die werde ich zu einem späteren Zeitpunkt mal verwenden. Und wir wollen uns hier noch ein bisschen am Feuerling schreien. Am Feuerband schreien. Es tut mir leid, wenn ich die englischen Begriffe öfters verwende, weil ich die gemohnt bin einfach. Und wir finden hier noch jemanden. Wer bist du denn? Hallo da. Ich glaube, wir sind nicht verabschiedet. Ich bin Petrus von Thoroughland. Und haben Sie mit uns beschäftigt? Wenn nicht, würde ich lieber eine Distanz halten, wenn möglich. Ich bin nicht unbedingt der netteste Zeitkollege für einen Zeitvertreib. Aber wir reden nochmal mit ihm. Hallo da. Ich habe herausgemerkt, dass ich mir geholfen habe, dass wir unsere Distanz halten. Aber ich möchte auch Sie wissen, dass es nicht in Irrwolle bedeutet. Hier, fahre das. Als Token der Frieden. Nein, geh vor. Es ist für Sie. Eine Kupfermünze. Ich will aber nochmal mit ihm reden. Oh mein, du wieder? Oh, ich weiß. Wie geht es um das? Ich muss hier meine Kumpel erwarten. Also was, wenn ich dir ein paar Miracke zeigen würde? Würde das Ihnen Ihnen gefallen? Aber natürlich. Sehr gut. Dann erst ein Kupfermünze mit den Glauben. Oh, wir leuchten. Wunderschön. Du hast ein Eis geleistet. Jetzt lasse ich mir meine Miracke zeigen. Nur ihre ultime Effektivität wird durch Ihre Effekte und Ihre Hoffnung beitragen. So, wir können bei ihm jetzt Wunder kaufen. Sieht man hier. Auszug, große Heilung, Rückkehr, Wucht, Radsuchen, Heilung, blibblibblub. Und man sieht, auch wenn die Dinger ausgekraut sind, weil ich nicht genügend Seelen habe, dieser Stern mit der 14 oder 18 oder 12 hier ist das, was man als Requirement braucht. Man bräuchte hier für 14 Wille, 18 Wille, die wir nicht haben. Aber eine Geste kann er uns noch beibringen, das Schulterzucken. Du hast eine Geste erlernt. Komm wieder. Die Effektivität der Übungen beträgt auf deiner Hoffnung. So, was ist jetzt hier gerade passiert? Wir sind einem Eid beigetreten, hier in der Statusanzeige, links oben, dem weißen Pfad. Es gibt in diesem Spiel insgesamt neun Gilden. Man kann sie Gilden nennen oder Fraktionen oder Covenants, wie sie im Englischen heißen. Und die haben unterschiedliche Vorteile und Nachteile. Und ich bin jetzt einfach mal dem hier für den Anfang beigetreten. Einfach so. Und ja, ach ja, Wunder, wir können keine Wunder benutzen, weil unser Wille ist nur neun. Wir sind nicht willens genug. Wir bräuchten einen Wille von mindestens zwölf, glaube ich, für die einfachsten Wunder. Und ich möchte mich aber nicht so sehr auf Magie konzentrieren. Zumindest nicht am Anfang. Ich bin nicht so der Magiertyp, ich bin mehr der Hau-drauf-Kerl. Wenn man sich hier am Anfang noch ein bisschen umguckt, gibt es noch ein paar Truhen, die man looten könnte. Oder kann, besser gesagt. Wo wir einen Morgenstern finden, einen Talisman, ein paar Heimkehrknochen, eben gerade in der Kiste. Und noch einen geborstenen roten Augapfel. Alles Items, die später nochmal nützlich werden können. Und was haben wir hier noch? Lloyds Talisman. Gut. Und damit landen wir auf einem Friedhof und machen uns hier schnell vom Acker. Weil Untote, beziehungsweise das sind wie das Skelett, das gibt hier in diesem Spiel einen Unterschied, sind nicht ganz so nett. Weil die stehen immer wieder auf. Ich möchte aber drüben das Item noch haben, was da rumlag. Eine Seele. Oh! Ui! Da ist mir der Gegner noch tatsächlich gefolgt. Ich lasse ihn aber einfach mal hinter mir liegen. Und wir begeben uns dann mal, nach dieser kurzen Vorbereitung, endlich auf den Weg, unser erstes Ziel zu erfüllen. Die Glocken der Läutung. Und wir treffen hier auf unsere ersten Gegner immer noch Untote. Auch die sind aber immer noch kein Problem. Und vor allem sind sie nicht sehr intelligent. Man kann sie einfach angreifen lassen. Der Angriff geht ins Leere. Und dann kontert man einfach. Noch sieht man nichts davon, warum dieses Spiel angeblich so schwer sein soll. Aber. Die Schwierigkeit. Oh, das war natürlich gerade unfair. Da wirft einer von oben mit Feuerbomben auf mich. So, und den mit den Feuerbomben lasse ich da erstmal kurz stehen. Hinter der Wand. Wo er mir nichts tun kann. Und dann schubse ich ihn einfach runter. Wiedersehen. Da kommt noch einer von oben geflogen. Und auch der ist Geschichte. Der Grund, warum dieses Spiel so schwer ist, meiner Meinung nach, liegt nicht nur alleine im Gameplay. Sondern es spielen noch viele andere Faktoren mit. Und zum einen, man hat es vielleicht schon bemerkt, es gibt kein Questlog. Ich kann nirgendwo nachschauen, was immer aktuell meine Aufgabe ist. Das heißt, wenn ich das einfach mal vergesse und nicht weiß, wo ich hin muss, hat man schon mal ein Problem. Hinzu kommt, dass einem niemand direkt sagt, wo Sachen sind. Und ich weiß jetzt, wo ich die untote Kirche und Schand stattfinde. Aber jemand, der dieses Spiel neu anfängt, weiß das nicht. Und das Spiel ist so offen, dass man direkt am Anfang in relativ viele Gebiete laufen kann. Von denen viele. Also ich glaube, es sind drei Gebiete, in die man am Anfang kommt. Und die anderen zwei sind einfach... Da soll man nicht hin, weil das eher Gebiete sind für später im Spiel, beziehungsweise sehr spät im Spiel. Außerdem erklärt einem das Spiel nichts bezüglich Spielmechaniken. Die muss man alle entweder selbst herausfinden oder nachlesen. Und bei sowas bin ich immer... Dass einem in der Welt nichts erklärt wird, wo was steht, das kann ich ja nachvollziehen. Das ist... Ja, wenn es in der Welt keine Wegweiser gibt oder niemand weiß, wohin es geht, dann ist das so. Aber Spielmechaniken erklären, finde ich, gehört eigentlich schon irgendwie dazu. Ich habe leider gerade noch nichts, um das zu demonstrieren. Was es für Spielmechaniken gibt, die nicht erklärt werden, weil mir da die Ausrüstung fehlt, um das zu demonstrieren. Aber... Was ich ja mal gerade zeigen kann, ist... Wenn wir hier unser Langschwert betrachten... Es macht physisch 80 Schaden, plus 15. Wo kommen diese plus 15 her? Was sind diese Werte rechts? Nötige Attribute, okay, das ist klar, was da unten ist. 10 Stärke und 10 Beweglichkeit, wenn man die Symbole kennt. Was sind Attributbonusse, die links stehen? Diese Attributbonusse sind... Ähm... Wie Waffen skalieren mit den einzelnen Attributen. In dem Fall Stärke und Beweglichkeit. Wobei C... Ich weiß nicht, wenn ich mich in dem Spiel nicht auskenne. Ist C gut, ist C schlecht? C ist übrigens nicht so gut. Das ist wie das amerikanische Notensystem. A ist 1, B ist 2. Also von... Von der Qualität her. Je je... Höher die Buchstaben, das kann man auch nicht sagen. A ist ein gutes Scaling und D ist schlecht. Und gar kein Scaling, wenn da ein Strich ist, dann skaliert gar nichts. Dann, wenn ich mir mein Schild angucke. Mh... Das Schild hat einen Haltungswert von 55. Aber was ist Haltung? Das wird mir auch nie gesagt. Haltung ist, ähm... Wenn ich es jetzt richtig hinbekomme. Wie viel Schaden man quasi ab... Boah, das war gerade richtig schlecht. Wie viel Schaden ich blocken kann, ohne dass ich selbst dabei quasi strauchle oder gestunt werde. Also mit... Was für eine Wucht von Angriffen ich abfangen kann, sozusagen. Und dann... Was gab's noch beim Schild? Die Schadensreduktion. Ein Grund, warum ein Krieger... Oder was hab ich überhaupt gewählt? Ein Krieger, glaub ich. Eine sehr gute Anfangsklasse ist, weil er dieses Schild hat mit 100% physischer Schadensreduktion. Und wenn ich blocke... Das heißt, wenn ich blocke, bekomme ich keinen Schaden von Angriffen, die ich geblockt habe. Es gibt aber auch Schilder, bei denen das der Fall ist. Und dann kommen 10-20% des Schadens, den ich genommen hätte, kommt immer noch durch. Aber sowas wird einem nie erklärt. Was mir beim ersten Durchspielen durchaus nicht Probleme bereitet hat, aber Fragen aufgeworfen hat. Wenn es darum geht, was für Waffen rüste ich denn überhaupt aus? Wenn ich hier durchgehe, ohne viel zu erklären gerade, was ich eigentlich mache, liegt das daran, dass das auch nicht so interessant ist und ich lieber Wert darauf lege, eben gerade diese Spielmechaniken zu erklären, damit ihr wisst, für die, die es noch nie gespielt haben, warum ich was mache und wie dieses Spiel funktioniert, falls ihr mal vorhabt, es selbst zu spielen. Und alle, die das Spiel kennen, wissen selbst, dass hier noch nicht so viel Action ist. Und ich mache gerne diese Kisten kaputt, auch wenn ich jedes Mal weiß, dass es nichts drin ist. Aber da kommt so ein bisschen der Zelda-Spieler durch. Diese weißen Nebelwände, ein ganz schön schwieriges Wort, grenzen immer bestimmte Level, könnte man sagen, ab. Sind immer Level 1 bzw. Ausgänge, die im Zusammenhang mit einer anderen Spielmechanik, die einem nie erklärt wird, wichtig werden. Und, wow, hier eine Bekanntschaft mit einem der Drachen, die es hier schön in diesem Spiel gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele Drachen es insgesamt sind, aber es sind mehr als nur diese eine, das kann ich schon mal sagen. Und ich stelle mich gerade doof an. Man muss eigentlich bei den Angriffen immer nur warten, bis die Gegner angegriffen haben und dann selbst kontern. Und man braucht einfach ein wenig Geduld. Man darf nicht einfach blind links in den Kampf rein rushen und dann Schaden kassieren. Aber, was wirklich auch wieder dem Schwierigkeitsgrad beiträgt, man merkt es vielleicht, das sind die ersten Standardgegner. Sie können nicht viel, sie machen nicht viel, sie sind einfach, aber sie machen jetzt schon relativ viel Schaden dafür, dass es so einfache Gegner sind. Ich meine, das waren jetzt zwei Treffer und ich habe, ja gut, die Hälfte meines Lebens verloren, die ich auch direkt mal wieder auffrische. Und wir haben eben gerade ein, wie hieß es, ein Höhlensoldaten-Lendentuch gefunden. Und hier kann ich mir ein bisschen was zur Rüstung erklären. Man sieht, Rüstungen haben mehrere Werte. Das erste ist die physische Rüstung, danach kommt die magische, danach Feuer und dann Blitz. Dann der große 200er Wert ist die Robustheit und das letzte ist das Gewicht. Was hat das Gewicht für einen Einfluss? Einen sehr entscheidenden und da war ich wirklich genervt, dass das nicht erklärt wird. Man sieht hier in der mittleren Spalte relativ weit oben Belastung, das ist das, was wir tragen können. Momentan haben wir Sachen ausgerüstet, die insgesamt 21,4 Kilos wiegen und von maximal 52, die wir ausrüsten können. Man sieht, wenn ich jetzt so eine Ausweichrolle mache, ist das so, wie soll ich sagen, so eine normale Schulterrolle. Diese Art des Ausweichens verändert sich aber, je nachdem wie viel man ausgerüstet hat und das so sieht man übrigens aus, wenn man nackt ist und untot. Sehr ansehnlich. Jetzt habe ich relativ wenig Belastung, nur noch 5 und meine Rolle verändert sich. Ich habe jetzt so eine richtige Hechtrolle. Und diese Art der Rolle, die man hat, ist abhängig davon, wie viel Gewicht man trägt. Und das ist echt entscheidend. Denn das kann das komplette Gameplay verändern. Und man muss dann halt bei seiner Ausrüstung, sobald man später ein bisschen mehr hat, darauf achten. Was will ich haben? Will ich mehr Verteidigung haben und bin dafür unbeweglich? Zum Beispiel, ja, man hat ja gesehen, diese Hechtrolle, ich kann damit natürlich viel größere Ausweichdistanz zurücklegen, als nur mit dieser Schulterrolle. Aber das geht natürlich auch nur mit leichter Rüstung. Wie man sich denken kann, eine leichte Rüstung hat weniger Verteidigungswerte. Und das ist echt wirklich entscheidend. Vor allem, es ist ja nicht nur die Rüstung, auch die Waffen, die man trägt, hat ein Gewicht. Und man kann zwar zwei Waffen ausrüsten, beziehungsweise in linker und rechter Hand jeweils zwei Gegenstände tragen, aber die tragen ja auch zum Gewicht bei. Und da muss man wirklich abwägen, was man anlegen will. Und hier haben wir einen Untoten, der mal nicht bösgesonnen ist. Wir haben nämlich den ersten Händler im Spiel gefunden. Du hast deine Werte über dich, hm? Dann bist du ein willkommener Kunden. Ich verbringe für Sols. Alles ist für Sols. Ein sehr sympathischer Genosse. Gegenstände kaufen. Was hat er denn? Reparaturpulver, Wurfmesser, Brandbomben, Lloyds Talisman und einen orangenen Führungsspeckstein. Den wollen wir uns auf jeden Fall mal kaufen. Was hat er noch? Den Anwesenschlüssel. Den bräuchte ich eigentlich. Und hier können wir uns einige Waffen kaufen, wenn wir wollen würden. Ich bin sogar gerade geneigt, ein Speer zu kaufen. Oder Schilde. Pfeile und eine Rüstung. Man sieht ja schon, die Rüstung bietet relativ viel Schutz für den Anfang, wiegt aber auch einiges. Und die würde mich dann wieder in meiner Beweglichkeit beeinträchtigen. Ich überlege gerade Speer. Ne, Speer findet man noch später. Aber diesen Anwesenschlüssel hätte ich gerne. Danke schön. Ja, ich kann noch ein bisschen was zu, gerade zu dieser Ausweichrolle sagen, weil ich das sehr wichtig finde. Wie das Ganze nämlich funktioniert, und darauf werde ich auch hinarbeiten erstmal. Solange man unter 25% dieser, der seiner maximalen Belastung ist, die man anhaben kann, also in diesem Falle 25% von 52% müsste irgendwas mit 13% sein. Wenn ich unter 13% Gewicht trage, dann habe ich diese Hechtrolle zwischen 25% und 50% habe ich diese Schulterrolle. Wenn ich zwischen 50% und 100% bin, habe ich so eine sogenannte Fat Roll, oder einfach die schwere Rolle. Da schmeißt man sich wirklich auf den Boden, das sieht auch nicht mehr sehr akrobatisch aus. Und wenn ich über 100% meiner maximalen Auslastung bin, kann ich mich gar nicht mehr rollen. Und ich kann, ähm, ich kann auch nicht mehr rennen. Dann muss man halt abwägen, was man haben möchte. Und das war jetzt viel Gerede über Spielmechaniken für diese Folge. Und ich beende sie an diesem schönen Leuchtfeuer. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Dark Souls. Bis dann!